Okay, ähm, immerhin. Ja, gut. Dann würde ich sie jetzt, denke ich, mal... ...danach fragen. Fuck. Wir haben nicht viele von diesen. Ja, das ist ein Problem. Das Glas und das Blubb sind alle zerbüßt. Ich sah ein bisschen broken Glas, über die Eismaschine. Ich dachte, es zu spüren, bevor die Kinder sich selbst aufzuhalten. Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen möchte. Das ist so... Ich möchte das eigentlich erstmal nicht sagen. Ich möchte aber gerne gucken nach diesen Scherben, bevor ich mit dem Kerl da rede. Hier drüben war das, oder? Ja. Ich habe auch überlegt, ob es die Kinder sein konnten. Ein Kreuz. Hoffentlich schießt jetzt keiner dahin. Hm. Chalk. Pink. Hm. Dark. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay. Back to investigating. Hm. Das war doch nicht Clementine, oder? Ich fürchte, wir müssen nochmal mit ihr reden. Das deutet ja jetzt alles darauf hin, dass sie das war. Ich möchte ihm eigentlich das Geheimnis nicht erzählen. Das war doch nicht. Do, uh, you have any pink chalk? No. It's gone somewhere. Hm. Do you want blue? No, no. It's okay. Psst. Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck, I got it. Good job. Haha. Na gut. Cool. Ja, Duck findet mich super klasse. Super klasse. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Lücke? Achso, okay. Ja. Toll. Ähm. More chalk. Hm. Oh, oh. See? I did good, huh? Yeah, Duck. Super klasse, Duck. Oh, nein. You stay here this time. Seriously. Okay. Ich glaube, ich sollte ihn erst mal fragen. You didn't break the flashlight, did you, Duck? No. Mom and Dad will let me touch any other stuff. Lily neither. Haha. That's probably for the best. You're sweet. Ich möchte nicht da rausgehen. Ich, ähm. Tja. Ich frag doch mal ihn. Kann ich gar nicht, oder? Talk to you later, Ben. Bye. Der ist eigentlich auch süß. Ich weiß nicht, aber wir kennen ihn halt noch nicht so lang. Ich fürchte, ich muss da raus. Ich möchte es nicht, aber... Gott, ist das laut. Man hat ja keine Wahl. Ich muss ja doch immer alles machen. So, jetzt gut umgucken. Und ich hab ein bisschen Schiss, dass hier... Gerade in diesem Blickwinkel... Diese irre Tante wieder ist. Hier ist doch nix. Ich kann aber nicht die Straßenseite wechseln, komischerweise. Nee. Ich kann hier nicht hin. Hä? Hä? Ha. Aha. Da jemand reingeschlichen ist. Oh. Ha. Hat da jemand was absichtlich versteckt? Das wäre mies. Was ist das? 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 Alter! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das ist der größte Fehler in deinem Leben! Oh nein! Gott! Oh... Krass. Ah! Shit! Weil ich ihn nicht erwischt hab! Scheiße! Fuck, weil ich so schlecht bin! Nichts gesehen! Ich kann das nicht! Du Scheiße! Gott, wie furchtbar! Ist da noch mehr? Clementine! Ach du Scheiße! Okay! Ha! Gut! Sehr gut! Woah! Das war Glück! Okay, Gott sei Dank brauch ich hier jetzt nicht so viel... nicht so gut zielen! Komm schon! Oh Gott sei Dank! Nein! Oh nein! Oh nein! Uff! Oh mein Gott! Gott sei Dank muss ich mich jetzt nicht entscheiden wen von beiden ich rette! Spinnst du? Ich lass sie nicht zurück! Komm schon! Warum kommt sie denn nicht? Komm schon! Fuck man! Komm! Ja! Oh Gott! Okay! Oh Gott! Er ist... We need to figure out how this happened. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Kat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly, is there something you want to say? Please. We have to get it out of you then. Back off. You are in no position to make demands. Whoa, whoa, whoa. You're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Why her? This seems like a stab in the dark, Lily. She's always so eager to see what supplies we've found. She never talks about her family. She could be related to those bastards for all we know. Whoa, my family's not a bunch of meth-riddled forest people. They're fucking Luthrin. You're not saying it wasn't you? It wasn't me. I think he was... I think we should vote or something like that. Vote? What? Just look. Carly's a stand-up gal and maybe this was all just a mistake. We need to look at the facts. Let's calm down. We'll eat and we'll deal with it. Lily, stop waving the finger at everybody. We know something's going on and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we found. I know, Lily. I know. Nobody was stealing anything! Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... I... Oh Gott. Oh, na toll. Oh ja, geil. Warum fährt er denn auch so unvorsichtig? Oh. Oh, Mann. Das ist doch scheiße. Vor allem, wer soll's denn bitte gewesen sein? Vielleicht war's doch Kali. Oh, Mann. Kann denen mal jemand ein Messer in den Kopf stecken oder so? Das ist voll eklig. Die B hat ein paar Zürfes, aber ein Walker ist in der Mitte. Gott sei Dank. Everyone, keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. Oh, Mann. Oh, Mann. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh. The hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. You have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this. You're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. Billy, play off. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please, don't kick me out of the group. Oh, God. That's a bit weird. Please, let's just get back in the RV. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. Just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. llover. Sieht hier eine Waffe? Alter. Ich fasse es nicht. Alter. Ich fasse es auch nicht. Es... Du doch auch! Du doch auch! Tja! Gott sei Dank habe ich ihm erzählt. So eine Bitch. Heftig. Das ist echt heftig. Krass. Also... So... 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 So...